hallo und herzlich willkommen zurück zu furious let's play limbo ja danke dass ihr so hartnäckig dran bleibt und dran geblieben seid vor allem vielen dank fürs zuschauen erst mal noch mal macht mir echt wahnsinnig spaß für das euch hier für euch das ja es zu machen und das spiel selber macht auch sehr viel bock deswegen gucken wir mal wie weit uns das spiel noch trägt also viel spaß beim zuschauen so kiste mit oder geht's auf zeit okay 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 dann würde ich jetzt gleich nochmal ah ja okay versteht schon und schalter drücken wieder hoch kiste schieben so wieder zurück 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 das wird eng das wird eng oh 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 gott hat gereicht so hüpfen das kennen wir schon wenn wir hüpfen sind wir ein bisschen schneller oh das wird eng oh das wird fies huiuiui okidoki aber nicht der erste da unten so und ich war der erste da unten sieht fast so aus ne da kommt eine gute kiste ah ok kommt gott sei dank woanders so nochmal zurück die bisschen dahin schieben dass ich auf dem schalter lande jawohl so schalter drücken dann kiste wieder schieben sieht gut aus so hüpfen hüpfen ah daneben hm schade aber gut äh wir haben ja noch ein paar ne wir kennen das ja von der letzten episode ne ich bin da hartdeckig scheiß war das schlecht aber ok naja auch einem jump and run Spezialisten gehen irgendwann mal die ideen aus macht aber nix so bist ja mal da gehen wir nochmal zurück schalter äh hallo also ernsthaft ich habe gedrückt aber ich war wahrscheinlich nicht genau auf dem schalter oder so ich möchte das gerne nochmal in der wiederholung sehen scheiß so äh hoppala äh da kommt die kiste so das kennen wir jetzt schon na wir machen das schon so wir lassen uns Zeit zack aber man muss schon also hier hatte ich jetzt selber schon das Gefühl dass es eng werden könnte aber nichtsdestotrotz schade ist der Schalter so in dieser hopp und los mit springen können wir gut voran springen mehr springen mehr springen mehr springen jetzt ist springen vielleicht schlecht macht aber nix gut hopp und los geht's jaaa so sieht's gut aus ne so sieht's gut aus so sieht's gut aus so sieht's gut aus jetzt ist die Frage äh was passiert hier ja macht Sinn ne ne ist eher schlecht ah ich hab schon so ne Vermutung ich muss auch ein bisschen hinhören haben die mich noch erwischt haben die mich ernsthaft noch erwischt krass das ist echt immer arschknapp leck mich doch doch ja Oh, 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 die geht hoch, 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 ich nepp, ich idiot, oh, nö. Oh, das hat gereicht. Oh, oh, was denn? Okay, alles klar. Okay, das passiert mir hier auch gleich nochmal. Weiß ich es noch nicht, Moment. Okay, das reicht. Sehr gut, springen wir? Nee. Boah, das geht ja immer weiter, okay. Oh, krass. Jetzt fordert er einen echt hin. Oh, lass mich irgendwie nicht da hinten starten. Nee, nee, nee. Oh, Gott. Oh, 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 das war knapp. Mein armer Fuß. Geschafft. Okay. Hier darf ich wahrscheinlich hoch, oder? Komm, sag, dass ich hoch darf. Ja, okay. Oh, oh, okay, darf ich nicht. Oh, okay, darf ich nicht. Okay. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Okay, das war nix. Ja, das ist, also, das ist schon, da musst du gut timen und... Da hatte ich offenbar zu wenig Schwung. Da hatte ich offenbar zu wenig Schwung. Nochmal. Aha. Die Höhe ist dann auch krass, ne? Das ist, da gibt's dir jetzt richtig hart. Also, das ist ja echt heftig. Okay. Äh. Okay. Kleine Sequenz. Gucken wir mal. Ist das das Ende? Ernsthaft, das Ende? Oh, ne, oder? Boah, ich hab Puls. Ohne Scheiße. Tuck, tuck, tuck. Leck mich los. Schau mal so uns an. Das kann auch nicht das Ende sein, oder? Ist das schon das Ende? Nein. Wir haben doch unsere Schwester nicht gefunden, oder? Hä? Ich steh mal auf. Okay. So wie, ein bisschen wie am Anfang, ne? Da zurück. Zurück gibt's nicht, oder? Wo ist das alles? Das ist ja wieder der Wald. Hä? Kapiert ihr das? Hallo? Jemand zu Hause? Spinne? Okay. Ich bewege mich nicht mehr. Jetzt halt. Ähm. Was macht die da, die gräbt, oder? Was macht die? Okay. Okay. Ähm. Ja. Kurze Episode zum Schluss, würde ich sagen. also wir sind am ende wie beendet man so ein display danke fürs zuschauen ja das sehr sehr viel spaß gemacht dieses spiel für euch zu spielen ich habe gar keine rede vorbereitet ich dachte es geht nur ewig ja tolles spiel also kann ich jedem empfehlen spielt es selber schade dass jetzt ich schaue mal was es zu dem spiel noch gibt irgendwelche hidden achievements oder irgend sowas ich glaube dass es mit diesen kugeln noch irgendwas auf sich hat von dem wir jetzt nicht alle gesammelt haben ich weiß dass man dem spiel in den episoden einzeln hin und her springen kann das werden wir noch mal versuchen und ich sammle einfach mal alle perlen und guck was dann passiert oder vielleicht finde ich lese einfach mal nach da bin ich jetzt so frei und diesmal nach was es da so gibt ja und bis dahin ja vergnügt euch noch mit meinen anderen let's plays assassin's creed identity gerade in der mache ist radiation island ein kleines survival horror two brothers werde ich anfangen demnächst und bis dahin danke ich euch fürs zusehen und hoffe ihr bleibt mir gediegen bis dahin macht es gut ne euer armin tschau flux und Untertitelung des ZDF, 2020